Bill, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja ich nenne es einfach mal Livestream-Ankündigung, ja heute Dienstag gibt es Livestream um 20 bis 22 Uhr, was wir spielen werden weiss ich selber noch gar nicht so genau, ich würde sagen wir machen so von 20 bis 21 Uhr Golf with Friends und schon von 21 bis 22 Uhr vielleicht noch das ein oder andere Rainbow Six Siege, mal schauen, ich würde mich freuen wenn ihr heute Abend einschalten würden und sorry wenn ich so ein bisschen schlapp aussähe, sage ich jetzt, ich kann gerade von der Schule nach Hause, jetzt dusche ich noch schnell und dann machen wir Livestream, genau, in diesem Sinne würde mich freuen, Link steht in der Beschreibung, bis bald, tschüss